Frag ein Kampfpiloten. Stahl. Mein Name ist Major Gerald. Ich bin Eurofighter-Pilot bei der Luftwaffe und sichere den deutschen Luftraum. Dabei fliege ich teilweise schneller als der Schall und bin regelmäßig extremen Kräften ausgesetzt. Krass. Ob der in dem Overall einkaufen geht? Wie wird man Kampfpilot? Tja, im Grunde genommen ist das wie jede andere Funktion oder Laufbahn bei der Bundeswehr auch. Ich bewerbe mich darauf, in dem Fall als Offizier im fliegerischen Dienst und durchlaufe dann eine dreiphasige Eignungsfeststellung. Phase 1 ist die normale Offiziereignung, die in Köln abgeprüft wird. Wenn man die erfolgreich besteht, dann geht Phase 2 derzeit noch in Fürstenfeldbruck beim Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin, wo eine flugpsychologische und flugmedizinische Untersuchung stattfindet. Und die dritte Eignungsfeststellung ist eine Lernprobe, die auch in Fürstenfeldbruck stattfindet. Die läuft ungefähr eine Woche, stützt sich auf Simulatortests, Theorieunterrichte und Prüfungen. Und wenn man die alle bestanden hat, wird nach dem Prinzip der besten Auslese eingestellt. Nach der Einstellung erfolgt die normale Offizier-Ausbildung und dann die fliegerische Ausbildung. Welche Bedingungen muss man erfüllen? Grundsätzlich sollten die Fähigkeiten relativ breit aufgestellt sein. Das beginnt mit der körperlichen Fitness. Ich muss eine gewisse körperliche Grundfitness mitbringen, wobei ich auch da im Kopf behalten kann, dass körperliche Fitness sich immer noch steigern lässt. Ich brauche aber natürlich ein gewisses Ausgangsniveau schon bei der Bewerbung. Dann sollte ich im Großen und Ganzen gesund sein. Es gibt da diverse Mythen, wie beispielsweise, dass ich keine Plomben haben darf. Das ist nicht richtig. Dass ich keine Brille tragen darf, auch das ist nicht richtig. Zusätzlich reden wir dann aber auch von gewissen psychologischen Eigenschaften, die ich mitbringen muss. Zu einerseits wäre da definitiv ein... Der Drang zum Töten muss da sein. Der Kill-Instinct. Er muss so ein bisschen so der Trigger-Finger. Eine Mehrfachbelastbarkeit und Stressresistenz, auch das wird abgeprüft. Und der unbedingte Wille, in dieser Ausbildung bestehen zu wollen. Denn sie fordert relativ viele Einschnitte. Sie ist sehr lange und findet zu großen Teilen im Ausland statt. Das muss ich schon wollen. Großen Teil im Ausland tatsächlich, krass. Was sind die Aufgaben eines Kampfpilotes? Was macht ein Kampfpilot so? Er wird wahrscheinlich jetzt nicht so viele Schreibtischaufgaben machen. Ganz allgemein gesprochen, die tatsächlich jeden Piloten betreffen, ist natürlich der Flugdienst die primäre Kernaufgabe. Das bedeutet, dass ich morgens in einem Wetter- und Einsatzbriefing beginne, darüber durch die Flugvorbereitung laufe, den kompletten Flug ausplane. Wenn ich das Wetter dabei berücksichtige, meine Aufgabenstellung, Ausweichflugplätze, die Route des Fluges, Spritplanung durchlaufe, dann in die taktische Vorbereitung gehe. Das heißt, was möchte ich in dem Flug eigentlich üben? Dabei muss ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine Wingman, also meine Flügelmänner in Betracht ziehen und auch die Feinddarstellung, gegen die wir trainieren. Wenn ich das gemacht habe, gehört danach, nach der Durchführung des eigentlichen Fluges, natürlich die Flugnachbereitung dazu. Die ist tatsächlich der Kernpunkt der Aufgabe, denn hier analysiere ich alles, was ich in dem Flug getan habe und ziehe meine Schlüsse daraus. Nur so kann Training auch tatsächlich wirken. Wie kann man das Körpergefühl während des Flugs beschreiben? Naja, das kommt auf die Phase des Flugs an. Wenn ich mich ganz normal im Geradeausflug befinde, ist das Körpergefühl nicht anders als in jedem Airliner oder in einem Auto, denn es wirken ja keine Beschleunigungskräfte auf mich. Interessant wird es natürlich, sobald ich anfange, stark zu manövrieren. Gerade in einem Kampfjet bin ich da bei Belastungen bis zu 9G, also der neunfachen Erdbeschleunigung ausgesetzt. Voll krass. Das bedeutet, dass dein Körper sich auf einmal 9 Mal zu schwer anfühlt und auf dem gesamten Bewegungsapparat, sämtliche Gelenke, insbesondere die Wirbelsäule, ist diese Belastung natürlich sehr stark und führt auch durchaus zu leichteren Schmerzen. Blutergüsse können die Folge sein. Wir tragen dafür Ausrüstung am Körper, die uns davor schützt, eine Antigeehose, die sich mit Luft befüllt, aufbläst und verhindert, dass das Blut in die Beine absackt. Um den ganzen Dingen vorzubeugen und möglichst keine Schäden im Körper davon zu tragen. Immerhin wollen wir den Job ja einige Jahre machen. Es ist absolut wichtig, dass wir uns sportlich darauf vorbereiten. Dieses Training ist auch wirklich Teil des Dienstalltages. Ohne das sind die körperlichen Belastungen kaum auszuhalten. Bist du bei einem Flug schon mal bewusstlos geworden? Nein, bin ich nicht. Tatsächlich ist aber genau das ein großes Problem. Wir sprechen dabei von einem sogenannten G-Log, also einem G-Induced Loss of Consciousness. Das passiert genau dann, wenn diese starken Beschleunigungskräfte auf uns einwirken und das Blut aus dem Gehirn in die Beine versacken lassen. Die Sauerstoffversorgung im Hirn bricht zusammen und ich verliere das Bewusstsein. Jeder kann sich vorstellen, dass wenn ich mit einem Flugzeug unterwegs bin, in einer ungewöhnlichen Fluglage mit sehr hohen Geschwindigkeiten, das extrem kritisch wäre. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Passiert das trotzdem öfter? Nein, öfter auf gar keinen Fall. Mir tatsächlich sind keine Fälle bekannt im Flugbetrieb mit dem Eurofighter, dass Piloten das Bewusstsein verloren haben. Das wäre auch ein sehr deutlicher flugsicherheitsrelevanter Zwischenfall. Aber im Training... Ladies and Gentlemen, unser Pilot befindet sich aktuell im G-Log. Sie haben nichts zu befürchten. Die Flugkabine ist natürlich abgeschlossen, so wie immer. Der Pro-Pilot ist heute nicht da. Aber machen Sie sich keine Sorgen, der G-Log wird mutmaßlich... Okay, wir stürzen! Ab Zentrifuge ist es durchaus schon vorgekommen. Dafür haben wir dieses Training ja. Wie fühlt es sich an, die Schallwand zu durchbrechen? Interessant. Krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie das wohl ist. Tatsächlich ist die Antwort fast ein bisschen enttäuschend. In einem modernen Kampfflugzeug wie dem Eurofighter fühlt es sich gar nicht an. Es ändert sich nichts, außer der Anzeige in meinem Head-Up-Display. Bruder, Head-Up-Display. Krass. Und selbst wenn ich mit mehr als der anderthalbfachen Schallgeschwindigkeit unterwegs bin, fühlt es sich eigentlich an, wie in einem ICE ganz entspannt zu sitzen und gerade auszufahren. Wie schaut eine normale Arbeitswoche aus? Ich bin natürlich Luftfahrzeugführer auf dem Waffensystem Eurofighter und bin dementsprechend regelmäßig im Flugdienst. Wenn wir vom Flugdienst sprechen, dann sind wir auch hier wieder die Vorbereitung des Fluges, die Durchführung des Fluges, die Nachbereitung des Fluges. Das beaufschlagt schon mal den gesamten Tag. Nebenbei Sport und die soldatischen Grundtätigkeiten. Aber ich habe natürlich auch Nebenaufgaben, denen ich eingesetzt bin. Ich beispielsweise bin im Schwerpunkt mit der Mittelfristplanung der fliegenden Gruppe hinsichtlich unserer Flugvorhaben betraut. Das bedeutet, ich buche Lufträume, ich koordiniere mit unserer technischen Gruppe, wie viele Luftfahrzeuge wir zur Verfügung bekommen, wie viele Luftfahrzeuge wir einsetzen können, was unsere Flugbetriebszeiten sind und grob, in welchen Gegenden wir uns bewegen und was wir eigentlich üben wollen in einem bestimmten Zeitraum. Was hast du für Einsätze? Im ganz normalen Friedens- und Inlandsbetrieb besteht natürlich der absolute Großteil meiner fliegerischen Arbeit aus Übungen. Das kann bedeuten BFM, Basic Fighter Manövers, wo wir eins gegen eins den Luftkampf rein auf kurze Entfernung trainieren. Das kann bedeuten ACM, Air Combat Manövers, wo ich versuche, meine eigene Formation, das bedeutet zusammen mit einem Flügelmann, gegen ein einzelnes anderes Kampfflugzeug zu kämpfen und diese Formation effektiv einzusetzen. Das kann bedeuten TI, Tactical Intercepts, wo wir versuchen, außerhalb der Sichtentfernung gegen andere Luftfahrzeuge trainiert zu kämpfen. Stell dir mal vor, du hast so einen interessanten Job. Krass! ... diese zu identifizieren und das kann auch bedeuten ACT, Air Combat Tactics, was die größte Schublade ist. Hierbei können große Szenarien trainiert werden, im Rahmen von Large Force Exercises, ganze Einsatzszenarien, ganze Kriege. Hier sind wir wirklich flexibel aufgestellt und man muss alles zusammenbringen. Musstest du schon mal Waffen einsetzen? Nein, tatsächlich musste ich noch keine Waffen einsetzen. Allerdings trainieren wir den Waffeneinsatz natürlich regelmäßig und tragen diese Waffen auch im Rahmen der Alarmrotte. Kannst nachgucken, Major ist A13, damit knapp 4.500 Brote Grundgehalt, ohne Zulagen, kaum Abzüge. Wie oft werden Schleudersitze gebraucht? Schleudersitze werden zum Glück sehr selten gebraucht, aber es findet statt. Das hat sich ja vor nicht allzu langer Zeit gezeigt bei dem tragischen Absturz von den beiden Eurofightern, bei dem sich zumindest ein Pilot mit dem Schleudersitz retten konnte. Trotzdem ist der Schleudersitz immer Bestandteil unseres regelmäßigen Trainings und ist bei uns natürlich fest verankert. Und ich denke, jeder von uns hat sich zumindest schon gedanklich damit beschäftigt, den Schleudersitz auch zu benutzen. Kannst du erklären, wie der funktioniert? Ja, das Prinzip ist relativ einfach. Ich habe einen Abzugsgriff, der sich zwischen meinen Beinen quasi befindet. Und wenn ich deutlich an diesem Griff ziehe, dann passieren mehrere Sachen hintereinander. Steuergeldverschwendung? Bruder, du bist ja ganz schön dumm, dass du das sagst, 2021 mit der angespannten Weltpolitik. Das Steuergeldverschwendung zu nennen. Muss man schon ganz schön blöde sein, ganz ehrlich. Jetzt wird die Kabinenhaube abgesprengt. Andererseits findet ein Gurtrückholsystem Anwendung, was mich quasi an den Sitz fesselt und zwar sowohl meine Beine als auch meine Arme und meinen Oberkörper fixiert. Anschließend zündet eine Pyroladung und katapultiert mich aus dem Flugzeug. Sobald der Sitz fast das Flugzeug verlassen hat, zündet ein kleines Raketentriebwerk unter dem Sitz und stellt die notwendige Separation zum Flugzeug her. Also bringt mich weit genug vom Flugzeug weg. In Abhängigkeit von der Flughöhe öffnet sich dann ein sogenannter Steuerschirm, der mich abbremst und den Sitz stabilisiert. Dabei beginnt dann der Sitz seinen Abstieg. Wenn ich nämlich in großer Höhe bin, möchte ich noch nicht vom Sitz getrennt werden, da dort oben nicht genug Sauerstoff vorhanden ist, um zu überleben. Und ich falle mit dem Gesicht zuerst im Sitz sitzend durch diesen Steuerschirm geführt und gebremst auf eine gewisse Auflösehöhe. An dieser Auslösehöhe angekommen, wird der Hauptschirm aktiviert und ich werde automatisch vom Sitz getrennt. Der Sitz fällt also von mir ab und ich befinde mich auf einmal an meinem normalen Rettungsfallschirm. Dieser ganze Prozess läuft völlig automatisiert ab. Das bedeutet, außer am Abzugsgriff zu ziehen, muss ich nichts tun. Das ist auch gut so, denn regelmäßig werden Piloten bei der Benutzung des Schleudesitzes bewusstlos. Warst du schon mal bei Auslandseinsätzen tätig? Ich war schon in Auslandseinsätzen. Im Rahmen von Resolute Support war ich als Flugsicherheitsoffizier in Masar-i-Scharif in Afghanistan eingesetzt. Das ist allerdings keine fliegende Tätigkeit. Da ich auch ausgebildeter Flugsicherheitsoffizier bin, war ich dort letzten Endes mit der Durchführung des sicheren Flugbetriebs und des Betriebs des Flugplatzes Masar-i-Scharif betraut. Darüber hinaus haben wir aber immer noch aktuell die einsatzgleiche Verpflichtung am Laufen im Rahmen des VAPB, des verstärkten Air Policing im Baltikum. Das wird momentan durch das taktische Luftwaffengeschwader 71 Richthofen durchgeführt. Diese sind in Emari stationiert und führen dort die Alarmrottentätigkeit durch. Das bedeutet, genau wie im Inland, haben sie Flugzeuge in 15 Minuten Bereitschaft und steigen auf, um den Luftraum der baltischen Staaten zu sichern. Vor welchem Szenario hast du am meisten Angst? Angst habe ich tatsächlich vor keinem Szenario. Ich halte eine ausgeprägte Angst auch immer für ein großes Problem, was ehrlich hinderlich ist. Respekt hingegen habe ich grundsätzlich vor jedem Flug völlig ungeachtet dessen, was in dem Flug durchgeführt wird. Und das, denke ich, sollte auch immer erhalten bleiben. Wie würdest du dich entscheiden, sollte es zu dem in Terror von Ferdinand von Schirach beschriebenen Fall kommen? Den Befehl zum Abschuss eines Airliners kann es bzw. darf es nicht geben. Und selbst wenn er gegeben werden würde, dürfte ich ihn nicht ausführen. Das in dem Theaterstück thematisierte Problem bestand ja darin, dass sich ein Luftfahrzeug in die vollbesetzte Allianz Arena stürzen wollte. Und man muss hier auch ganz klar hervorheben, dass zu der Dramaturgie dieses Stückes gehört hat, dass der Luftfahrzeugführer an sein Gewissen gebunden, entgegen des Befehls gehandelt hat. Er hat den Befehl bekommen, keine Waffen einzusetzen. Insofern ist dieses Theaterstück natürlich schon realistisch. Der Pilot hat quasi eigenmächtig gehandelt. Und wie jemand in einer derartigen Situation handeln würde, und das unter vollem Gewissen, dass er das gegen geltende Gesetze verstößt und sich auf jeden Fall zum Zielpunkt einer juristischen Auseinandersetzung macht, das muss jeder individuell für sich selbst beantworten. Weil das ist definitiv ein ethisches Problem und eine ethische Frage. Warst du schon mal in einer kritischen Situation, in der du Angst um dein Leben hattest? Im Rahmen meiner Ausbildung auf der T38 Talent hatte ich einen Triebwerksausfall, der letzten Endes auch noch dazu geführt hat, dass wir im Wetter die Stromversorgung des Luftfahrzeuges verloren haben. Das heißt, hier hätten wir wirklich mit einem größeren Problem zu kämpfen. Das war in den USA. Aber auch das hat sich mit den antrainierten Maßnahmen relativ einfach in den Griff kriegen lassen. Und selbst in dieser Situation habe ich mich nicht akut bedroht gefühlt. Das Flugzeug fliegt ja immerhin weiter. Ich muss natürlich mit den Einschränkungen des Systems leben, aber dafür haben wir ja zwei Triebwerke. Und auch auf der T38 war ein Triebwerk völlig ausreichend, den Flug fortzusetzen. Wir haben die Notverfahren angewandt und das Flugzeug gelandet. Letzten Endes war es dann, wenn man das so sagen kann, Das ist eine charakterbildende, interessante Erfahrung und nichts, was zu Todesangst geführt hat. Würdest du im Ernstfall ein Kommando abbrechen, wenn dieses deinen Moralvorstellungen widerspricht? Nun, der Umgang mit Befehlen in der Bundeswehr ist ganz klar geregelt. Wir unterscheiden dabei zwischen Befehlen, die rechtsmäßig und verbindlich sind, Befehlen, die zwar rechtswidrig, aber verbindlich sind, wie beispielsweise der Befehl, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen mit deutlichem dienstlichen Zweck. Und wir unterscheiden zwischen Befehlen, die unrechtmäßig und unverbindlich sind. Das bedeutet, ich muss sie nicht ausführen, ich kann sie aber ausführen. Und die letzte und wichtigste Kategorie sind Befehle, die unrechtmäßig und verboten sind. Ich darf sie nicht ausführen. Tue ich das, dann mache ich mich selber strafbar. Würde ich beispielsweise den Befehl bekommen, ein Passagierflugzeug abzuschießen, dann befinde ich mich exakt in dieser Kategorie. Würde ich diesen unrechtmäßigen Befehl ausführen, wäre ich selber auf der Anklagebank. Nachvollziehbar. Bis zu welchem Alter darf man einen Jet fliegen? Mittlerweile haben wir kein Höchstalter dafür mehr. Früher lag das bei 41 Jahren und war relativ in Stein gemeißelt. Mittlerweile obliegt das eigentlich eher den Ärzten und dem eigenen Verwendungszweck. Solange ich körperlich fit bin, die Medizin mir die Eignung gibt und ich mich auf einem Dienstposten befinde, der fliegend ist, werde ich auch weiterhin im Cockpit eines Eurofighters eingesetzt. Wie lässt sich der Job mit dem Privatleben vereinbaren? Gar nicht wahrscheinlich, ja? Das ist auch eine sehr individuelle Frage, weil es natürlich auch von der jeweiligen Partnerin oder Partner abhängt. Die meisten von uns sind tatsächlich verheiratet und bekommen das auch hin. Natürlich stellt der Job gewisse Anforderungen. Einerseits in der Phase der Ausbildung ist der lange Aufenthalt in den USA relativ anspruchsvoll für eine jede Beziehung und lässt mir nicht viel Wahl. So lange von Freunden und Familie weg zu sein, das muss man natürlich wollen. Später nimmt der Job grundsätzlich einfach sehr viel Raum in Anspruch. Er ist sehr aufreibend und frisst sehr viel Zeit. Das bedeutet, ja, das wird durchaus Thema in einer Partnerschaft. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, dass der Beruf des Kampfflugzeugführers hier keine größeren Anforderungen stellt als jeder andere soldatische Verwendungszweck. Ein normaler Arbeitstag bei uns dauert... ...als jeder andere soldatische Verwendungszweck. Krass, er ist halt einfach Soldat. Hätte man das anders, hätte man das nicht... Das hat er einfach wie ein Soldat gesagt. ...etwa neuneinhalb Stunden inklusive Pausen. Das ist die Regelarbeitszeit wie bei jedem Soldaten. Aber, das muss man ganz klar dazu sagen, das kann natürlich auch deutlich überschritten werden. Je nachdem, in was für Ausbildungsphasen wir uns befinden, können ganz schnell zwölf, dreizehn oder vierzehn Stundentage entstehen, die entsprechende Pausen nach sich ziehen. Und ich persönlich sage immer, dass ich unter der Woche eigentlich kaum Zeit für Hobbys und Familie habe. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er den Job im Verhältnis zu seinem Privatleben gewichtet. Was gefällt dir an deinem Beruf am meisten? Das ist eine sehr schöne Frage und ich kann sie ganz klischeehaft beantworten. Am meisten gefällt mir natürlich jedes Mal wieder in das Cockpit von so einem Flugzeug steigen zu dürfen. Besonders im Zuge der Corona-Krise, wenn wir jetzt an den vergangenen Winter denken, ist die Möglichkeit zu bekommen, jedes Mal wieder durch das graue Wetter durchbrechen zu können und einfach an der Sonne zu sein. Weil oberhalb von dem Wetter ist der Himmel blau, die Sonne scheint und es ist erstaunlich ruhig. Und das empfinde ich jedes Mal wieder als Privileg, was jede Entbehrung rechtfertigt. Warum wolltest du Kampfpilot werden? Viele sagen ja immer, sie wollten schon immer Kampfpilot werden. So war das bei mir nicht. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich die Bundeswehr schon immer als interessant wahrgenommen habe und den Grundwehrdienst ableisten wollte, den es damals noch gab. Ich habe sie aber nicht primär als Arbeitgeber gesehen. Ich komme ursprünglich aus dem Motorsport und mit Fliegerei habe ich mich ausschließlich virtuell beschäftigt. Das heißt, ich habe mich mit Flugsimulationen im Schwerpunkt im Zweiten Weltkrieg befasst. Und letzten Endes kamen dann irgendwann die Ideen mir auf, hey, diese Flugzeuge bei der Bundeswehr, die muss doch irgendjemand fliegen. Also irgendwie muss das ja eine Art Beruf sein, da muss man ja irgendwie rankommen können. Ich bin dann ganz normal zum Wehrdienstberater gegangen und habe mir erzählen lassen, wie das denn möglich ist und habe ein wunderbares Hochglanzprospekt mitbekommen und festgestellt, wow, das ist tatsächlich ein Job, auf den man sich ganz gezielt bewerben kann. Das willst du dir doch mal genauer anschauen. Ich habe dann ein Truppenpraktikum gemacht beim damaligen Jagdbombergeschwader 32 in Lechfeld, was mittlerweile ja leider nicht mehr existiert und habe festgestellt, holy shit, da sind ganz schön viele irre Menschen, da passt du perfekt dazu. Für viele deutsche Bürger im Chat ist gerade das Sicherheitsgefühl ein bisschen gesunken. Ein bisschen gesunken, gerade so ein bisschen so, hm, okay. Das willst du auf jeden Fall machen. Ja, und dann habe ich mich darauf beworben und dann lief der ganze Prozess an, von dem ich vorhin schon gesprochen habe und kam da sehr gut und erfolgreich durch. Und jetzt bin ich hier und bin immer wieder aufs Neue dankbar, diesen Job ausführen zu dürfen. Sehr interessantes Video. Wow. Kampfpilot. Wahrscheinlich auch viele moralische Fragen, die man diesbezüglich hat. Ich als alter Kriegsdienstverweigerer muss sagen, ist nicht mein Ding. Aber krass. Ich bekomme morgen meine erste Dosis AstraZeneca. Ich freue mich schon drauf, den Saft in meinem Arm zu haben, Puck. Ja, das kriegst du hin, Maler. Das kriegst du hin. Sehr, sehr korrekter, gerader Typ. Sehr soliden Eindruck gemacht. Cooler Overall und geil. Ich weiß nicht, ob das noch für viele Leute zur Debatte steht, irgendwie die Karriere bei der Bundeswehr. Aber in diesem Zusammenhang fällt es mir immer ein, wie schade es eigentlich ist, dass der Grundwehrdienst verpflichtend nicht mehr da ist, auf den man aufbauen könnte. Hast du den auch gemacht? Ich habe einen Zivildienst gemacht, ja, im Krankenhaus. Im Herz-Katheter-Labor. Gibt er jetzt einen Freiwilligen? Ja, ich würde ihn aber gerne verpflichtend haben, tatsächlich. Ich sehe da die Pflicht tatsächlich in der einen oder anderen Richtung als wichtig. This is not a scam. Ging die Kriegsdienstverweigerung mit dir damals noch durch oder war das ein stressiges Hin und Her? Weil ich jetzt Wehrdienstleistende war dort jemand im Knast, der auch verweigerte. Nee, wenn du bei der Musterung sagst, du verweigerst aus ethischen Gründen, weil du nicht vorstellen kannst, eine Waffe zu haben und du Probleme mit Autorität hast und sowas, dann gibt der Offizier dir vielleicht ein bisschen beschissen. Er sagt dir vielleicht, dass du ein Weichei bist oder so. Aber ansonsten geht das immer durch. Das, was dann bei Feldjägern landet, wurde ja gemustert und hat die Fresse nicht aufbekommen. Aber wenn du dich verweigerst, landest du ja sofort im Zivildienstbereich. Und dann setzt du dich mit der Zivildienstbehörde auseinander, die dich dann halt zuweist, beziehungsweise die eine Stelle braucht. Und die kannst du ja zu großen Teilen selber suchen. Drei Jahre schon in der Abo, voll eine Teilprime. Ja, schriftlich begründen ist ganz normal. Aber du schreibst einfach nur rein, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Da gab es sogar Vordrucke. Also es ist kein Problem, es war kein Problem, das zu verweigern. Wirklich nicht.